Wir schaffen ein Zuhause für jedermann. Unsere Unternehmensgruppe bietet Menschen bezahlbaren Wohnraum, der zu ihrer individuellen Lebenssituation passt. Dabei nehmen wir Rücksicht auf die kulturelle Vielfalt, den demografischen Wandel und die finanzielle Situation des Einzelnen. Nicht nur der Wohnraum, sondern auch der Mensch selbst steht bei uns im Vordergrund. Vorbildliche Mieterservices und ein vielschichtiges Sozialmanagement werden in unserer Unternehmensgruppe seit jeher großgeschrieben. Wir pflegen nicht nur unseren umfangreichen Wohnungsbestand. Parallel akquirieren und entwickeln wir Flächen, suchen Investoren und Partner, ergänzen bestehende Quartiere. So sorgen wir kontinuierlich für mehr Wohnraum in ganz Hessen. Schon immer stehen lebenswerte Quartiere für unsere Unternehmensgruppe im Fokus. Das trifft natürlich auf unsere umfangreichen Wohnungsbestände und zahlreichen Neubau-Projekte zu. Neue Ideen entwickeln. Das ist für uns eine wesentliche Voraussetzung für zukünftigen Erfolg. Das gilt ganz besonders für die Zusammenarbeit mit Kommunen und Bürgern im Rahmen der Stadtentwicklung. Egal ob Stadtumbau, soziale Stadt, städtebaulicher Denkmalschutz, Revitalisierung von Zentren und brachliegenden Flächen oder Konversion von ehemaligem Militärgelände. Die Fachleute unserer Stadtentwicklungsmarke Projektstadt haben immer die passenden Konzepte und Lösungen. Aber auch Moderation und zeitgemäße Verfahren der Bürgerbeteiligung sind Teil ihrer Expertise. Die Basis für unseren fast 100-jährigen Erfolg ist das Engagement unserer Mitarbeiter für Mieter, kommunale Kunden und Geschäftspartner. Diese Verhältnisse sind geprägt von Respekt, Verlässlichkeit und Freundlichkeit. Auch in Zukunft wollen wir dies pflegen. Deshalb liegen uns Themen wie Aus- und Weiterbildung, Gestaltung der Arbeitsplätze und Work-Life-Balance besonders am Herzen. Aber nicht nur unsere Mitarbeiter stehen für uns im Fokus. Auch den Veränderungen in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik stellen wir uns jeden Tag aufs Neue. Etwa mit einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie. Sie basiert auf unseren Unternehmensleitlinien, die von allen im Konzern gemeinsam entwickelt wurden. Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt ist ein Konzern mit großer Verantwortung und zahlreichen Aufgaben. Wir schaffen Wohn- und Lebensraum. Wir entwickeln Quartiere. Wir stärken Nachbarschaften. Wir unterstützen Kommunen in ihren Entwicklungen. Kompetent, innovativ, nachhaltig und zukunftsorientiert. Damit sind wir die Nummer 1 in der Mitte Deutschlands. Das ist eine Margebungsmaß. Das ist das eine Margebungsmaß. Wir unterstützen uns dre landscape- und nachhaltige Jäfte. Wir unterstützen uns drei Monate zum Zeiten, und wir unterstützen uns drei Monate Nachbar und haben eine neue Maschine. Wir unterstützen uns drei Minuten, bis zu uns seitens einig, bis zum nächsten Mal ganz모nen! Vielen Dank.